Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, hier nochmal etwas Älteres, ein älteres Thema, welches aber immer noch aktuell ist, weil es natürlich auch uns alle betrifft und auch unsere Art und Weise zu leben. Ich hatte auf meinem Kanal dieses kleine, süße Mini-Video hochgeladen über die Hochzeit auf dem Markt in Aachen. Ich dachte, es ist nett. Da seht ihr mal ein schönes altes Gebäude, was ihr kennt, das Aachener Rathaus und ein süßes altes Auto. Und es war eine nette Atmosphäre. Und ich habe gedacht, ich teile diese Erfahrung mit euch. Aber das, was sich dann unter diesem Video an Kommentare abgespielt hat, da war ich selber sehr, sehr überrascht. Nein, nicht überrascht über die Zuschauer von Games of Truth. Es waren ja auch nur ganz wenige. Innerhalb kürzester Zeit waren es fast 60 Kommentare. Es waren zum größten Teil die gleichen Personen, die da diskutiert haben. Es waren drei, vier. Und es waren noch ein paar andere Zuschauer mit Bewusstsein, die sehr in ihrem positiven Bewusstsein sind, die dann geschrieben haben, womit beschäftigt ihr euch eigentlich, liebe Leute? Habt ihr keine anderen Probleme? Da war ein Kommentar, ich glaube, der war von Brigitte, Brigitte Yilmaz, die geschrieben hatte, womit beschäftigt ihr euch eigentlich? Habt ihr nichts anderes zu tun? Und da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich, das ist eigentlich der Knackpunkt dieser ganzen Kommentare. Habt ihr nichts anderes zu tun? Solange ich Zeit habe, Energie habe, Lust habe, mich über solche Dinge aufzuregen, es war ja eigentlich eine Art Aufregen oder mich überhaupt damit zu beschäftigen, solange habe ich offensichtlich keine Probleme in meinem Leben. Ja, vielleicht haben diese Zuschauer auch keine Probleme. Und die Kommentare sind deswegen auch für diesen Kanal und für mich auch so interessant, weil sie einmal mehr zeigen, womit wir uns alles beschäftigen. Ich sage immer ganz oft in den Videos, fangt bei euch selbst an. Fangt mit der Veränderung, der Verbesserung, fangt bei euch selbst an. Und dann, wenn ihr perfekt seid, ja, wenn ihr keine Fehler mehr macht, wenn ihr alles richtig macht, wenn ihr keine Fehler macht, was natürlich niemals sein wird, solange ihr hier auf dieser Erde seid, dann könnt ihr anfangen, andere zu verurteilen und einmal genau hinzuschauen. Klar, ich habe das natürlich auch nochmal recherchiert, wie ist überhaupt die Gesetzeslage hinsichtlich des Rechtes am eigenen Bild. Es war vor einigen Jahren wesentlich einfacher, auch für Journalisten. Es galt, wer im öffentlichen Raum ist, darf gefilmt oder fotografiert werden, auch ohne Einverständnis, wenn ich nicht unbedingt auf diese Person ranzoome. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt ganz alleine auf dem Aachener Markt stehe und mich filmt jemand von nahem und man sieht nur mich, dann ist das ganz klar, da muss ich um Erlaubnis gebeten werden. Aber wenn ich in einer Gruppe bin und in der Gruppe man mich wirklich suchen muss, da galt bis vor kurzem, dass ich das also als Bürger zu akzeptieren habe. Heute ist die Rechtslage nicht mehr ganz so einfach, weil sich die, ja, das Recht am eigenen Bild, wenn man so will, und das Recht auf Informationen, Datenschutz und so weiter im Rahmen der neuen Entwicklungen, auch bedingt durch, dadurch, dass jeder ein Handy hat, natürlich auch wesentlich verändert haben. Heute ist es nicht mehr ganz so eindeutig. Und ja, es könnte sogar sein, theoretisch, dass jemand, der da zu erkennen ist, dass der jemand anzeigt und derjenige dafür eine Strafe zahlen muss oder vielleicht sogar ins Gefängnis kommt. In der Praxis macht das natürlich der normale Bürger nicht. Ich möchte nicht wissen, auf wie viele Urlaubsvideos ich zu sehen bin, wo auch Touristen in Aachen filmen oder fotografieren. Den meisten Menschen ist es nicht einmal bewusst und es ist tatsächlich auch nicht in jedem Land gleich. Eine der strengsten Datenschutzregeln hat tatsächlich die EU. Übrigens, Deutschland hatte mal eine sehr, sehr strenge Datenschutzregel. Heute ist die etwas anders. Heute geht es mehr darum, dass Datenschutz gewährleistet werden muss, wenn es um Informationen geht, die geteilt werden, die tatsächlich Regierungsinformationen sind, Behördeninformationen. Aber unsere Krankeninformationen, unsere Patientendaten, die legen wir mehr oder weniger freiwillig offen überall hin. Der Umgang mit Datenschutz hat sich in den Köpfen der Menschen vollkommen verändert. Natürlich hat dieses strenge Gesetz nicht etwas, und das ist auch meine persönliche Meinung, etwas in allererster Linie mit dem Schutz der Bürger zu tun, sondern vor allen Dingen derjenigen, die vielleicht prominent sind oder Politiker oder wer auch immer. Wenn ich die irgendwo filme und ich frage nicht um Erlaubnis, was schwer ist, weil die meistens überhaupt nicht mit mir reden wollen, dann darf ich diese Bilder gar nicht mehr irgendwo ohne deren Zustimmung veröffentlichen. Das heißt, ganz viel, auch an Informationen, darf nicht mehr geteilt werden. Zum Beispiel hatte ich ja vor einigen Jahren, das hatte ich auch damals in einem Video geteilt, musste ich aber ganz schnell wieder rausnehmen, einige unserer Politiker, und ich nenne jetzt keine Namen, waren damals regelmäßig in Antalya zu Besuch in der Türkei, zu irgendwelchen politischen Versammlungen oder Treffen oder was auch immer. Und die haben es sich da richtig gut gehen lassen. Es war richtig schön zu sehen in den teuersten Restaurants und mit viel Spaß und viel Wein und viel Getränke und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, das ist nicht so schlecht, im eigenen Land zu sagen, dass die Beziehungen nicht gut sind. Vielleicht waren sie ja auch da, um die Beziehungen besser zu machen, wieder herzustellen oder wer, was auch immer. Aber es sah wirklich sehr nach Urlaub aus und nach Spaß. Ja, und das ist natürlich heute absolut nicht mehr erlaubt, solche Videos zu veröffentlichen. Ja, da kann ich richtig, richtig großen Ärger bekommen. Habe ich Zeit, mich damit zu beschäftigen? Wer was wo hochlädt? Ich nicht, aber offensichtlich andere Zuschauer schon. Und ja, natürlich, ich kann genau hinschauen, vielleicht. Und es gibt ja keine Zufälle. Und ich gehe ja immer vom Allerpositivsten im Menschen aus. Vielleicht war es ja auch wirklich von dem Zuschauer gut gemeint. Oder vom Schöpfer gut gemeint. Dass er mir, und da sind wir wieder bei unserem wirklichen Thema, dass der Schöpfer mir jemanden über den Weg schickt, der auf eine vielleicht weniger nette Art und Weise mir sagt, dass ich solche Dinge nicht mehr tun sollte in Zukunft. Da wesentlich mehr aufpassen sollte. Vielleicht nichts geschieht, was nicht geschehen soll. Und ja, die Kommentare waren teilweise heftig, teilweise auch wirklich nicht nett. Es waren auch einige Kommentare, die wirklich unterhalb der Gürtellinie lagen und einfach nur beleidigend waren. Die gesagt haben, sie filmt alles und sie filmt auch Unfälle. Und ich habe noch nie einen Unfall gefilmt oder auch schon mal gar nicht hochgeladen. Aber ganz abgesehen davon, ich mache das ja alles nur, um meine Kaffeekasse zu specken. So ein Video von einer Minute, welches sich 300 Zuschauer anschauen. Glaubt mir, da gibt es dann bei YouTube maximal 10 Cent dafür. Also das habe ich schon öfter gesagt. Also das ist immer so auch ein bisschen, ja, wie nennt man das? So Neid, Neid, Eifersucht. Vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da so mit Geld mitverdienen kann, warum mache ich es dann nicht selbst, nicht wahr? Also, es gibt dieses niederländische Sprichwort. Ich bin wieder jetzt mit einem niederländischen Sprichwort. Das heißt, die besten Skipper stehen immer am Rand, auch beim Fußball. Die besten Fußballer sind die Zuschauer, die Kritiker, was natürlich auch mit zum Spiel gehört. Und es macht ja auch Spaß in unserem täglichen Leben. Aber hier nochmal auch für alle Zuschauer, vielleicht, vielleicht auch nicht für alle. Vielleicht sagen einige, nein, mir macht es Spaß, in den Videos rumzugucken, wo ich etwas finde, was nicht darf, was nicht sein darf. Und dann vielleicht sogar den Denunzianten zu spielen. Es gibt Menschen, die haben daran Freude. Und ich habe das auch in vielen Videos schon erzählt. Das ist natürlich auch ein Mittel, womit ich auch als, ja, welches immer im Laufe der Geschichte auch eine Rolle gespielt hat, die sogenannten Denunzianten. Und es sind natürlich meistens Menschen, die sehr in der negativen Energie sind, die selber nicht glücklich sind mit ihrem Leben und die aus einer, und da sind wir wieder bei unserem Thema, die aus einer Position, aus einer Mangelposition, aus einer niedrigen Energie, aus einer Mangelposition, aus einer Angstposition heraushandeln. Ich habe immer die Wahl. Und es gibt da wirklich nur zwei Lösungen. Was heißt Lösungen? Zwei Alternativen. Es gibt nur die eine oder die andere Alternative. Entweder ich befinde mich in der Angst und damit bin ich in der Position des Mangels. Die anderen haben alles und ich habe nichts. Die haben Erfolg und ich habe nichts. Keiner mag mich und alle anderen werden gemocht. Die Position des Mangels. Und es gibt die andere Position. Und das ist die, die ganz weit davon entfernt ist, von dieser Angst. Das ist die Liebe. Wenn ich in der Position der Liebe bin, wenn ich mich hundertprozentig in der Liebe für mich selbst, da fangen wir an, befinde, dann kann ich keine Angst haben. Und ich brauche auch keine Angst haben. Denn es wird alles ganz wunderbar. Glaubt mir. Ich weiß es. Ich spüre es. Und deswegen wünsche ich euch heute wieder einen traumhaft schönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und diesen traumhaft schönen Tag wünsche ich vor allen Dingen den Zuschauern, die immer noch daran zweifeln, ob sie sich selbst lieben können mit all ihren vielen Dingen, die sie getan haben. Der Schöpfer liebt uns so, wie wir sind. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind hier, um zu lernen. Und jeder macht Fehler. Der eine macht große Fehler, der andere kleiner. Und wir sind alle Menschen und wunderbare Seelen. Darum geht's. Also, liebt euch. Auch wenn ihr ganz, wenn ihr selber ganz Schlimmes getan habt und Schwierigkeiten habt, euch selbst zu vergeben. Das ist der erste Schritt. Akzeptiert euch so, wie ihr seid. Danke. Danke. Danke.